Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ordentlich unter Druck geraten, wir haben leider unseren Support nicht mehr halten können, deswegen traden wir momentan bei ungefähr 28.200 US-Dollar. Ist das jetzt möglicherweise der Startschuss für eine deutlich größere Korrektur? Gehen wir möglicherweise hier wirklich Richtung 25.000 US-Dollar? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, außerdem natürlich einen Blick auf Ethereum werfen und natürlich einen Blick auf den DAX, weil da hat sich auch ein bisschen was getan, wie dort das Sentiment ist und wie wir uns jetzt weiter positionieren können. Das schauen wir uns im heutigen Video an, doch bevor wir starten, wie immer Freunde, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstiges und auch mal so zwischen Updates für den DAX zum Beispiel oder Bitcoin, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 28.200 US-Dollar. Wir sehen, wir sind aus dieser kleinen, in Anführungszeichen, Bullflag. Erst einmal nach unten hin ausgebrochen. So richtiger Abverkaufsdruck kam nicht rein, aber auch so richtige Stärke hat ein bisschen hier im Chart gefehlt. Deswegen die 28.200, erst einmal so ein bisschen hier Support gegeben. In der Spitze sind wir auf 28.005 Punkte gefallen oder 28.005 Dollar. Haben die Ineffizienzen, die ihr hier drüben links seht und hier unten mittlerweile gefüllt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir eben nicht gefällt, ist erst einmal, dass das Volumen draußen ist und noch keine Bullish Divergence. Weshalb ich hier schon so einen kleinen Weg eingezeichnet habe. Wir könnten nochmal ein Lower Low sehen. Mittlerweile mein Stop-Loss habe ich ein bisschen angepasst auf 27.600 US-Dollar. Der Short läuft natürlich auch noch von den 30.900 US-Dollar. Dort warte ich jetzt erst einmal noch ein bisschen mit dem Hochskalieren. Gegebenenfalls sollten wir ausgestoppt werden mit unserer Long-Position. Dann werde ich auf jeden Fall den Short mitschließen, um die, sage ich mal, die Verluste hier ein bisschen einzugrenzen. Ich warte jetzt aber hier darauf, dass wir nochmal ein kleines Lower Low sehen. Eben eine Bullish Divergence hier erst einmal auslösen. Und dann zumindest versuchen, kurzfristig einen neuen Abtrend zu bilden. Dieser könnte uns zumindest erst einmal hier in die Region um 28.900 bis knapp 29.000 US-Dollar bringen. Hier sind die letzten signifikanten Hochs. Hier könnte dann erst einmal ein bisschen Gegenwehr reinkommen. Und sollten wir hier bereits Gegenwehr kriegen, werde ich wahrscheinlich hier dann mittlerweile die Long-Position schließen, weil mir das Risiko dann einfach ein bisschen zu hoch ist. Zeugt nicht wirklich von Stärke. Und ihr habt es gerade schon in der Telegram-Gruppe gesehen. Ricky hat es hier gepostet mit den Optionen, die hier einen Point auf 29.000 US-Dollar. ungefähr haben. 217.000 Ethereum-Optionen laufen dann bei 1.950. Werden wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das sind jetzt erst einmal so ein bisschen die überschneidenden Level hier zwischen dem 0382 und dem Golden Pocket. Kriegen wir hier Probleme rein, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich dann die Position schließen und den Short gegebenenfalls nochmal aufhätschen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die größeren Timeframes, schauen uns das mal an, wo könnte uns diese ganze Korrektur dann auch mal hinbringen. Und das kennt ihr ja, wir haben schon öfters darüber gesprochen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir maximal zwischen 25.200 und 24.000 US-Dollar sehen. Wir sind auf Daily-Sicht noch absolut bullish. Der RSI hat schön korrigiert, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Trotzdem, die 25.000 oder 24.000, das ist oder wäre der nächste halt, sobald wir ein Daily-Lower-Low sehen. Also da ein bisschen ein Auge drauf werfen, werde ich euch natürlich auch immer wieder Updates dalassen. Sollte es hier irgendwas Spannendes geben, aber momentan sind wir, wie gesagt, noch in einem Up-Trend und don't fight the trend. Also don't fight the trend, the trend is your friend until the end. Ihr wisst ja, was ich meine. Meine Güte, es ist früh morgens, da darf ich auch mal ein bisschen dumm quatschen. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir jetzt auch immer noch ein bisschen aufpassen. Und das wäre hier unten einfach dieser Bereich, den ich nach jetzigem Stand erst einmal sehe. Maximum für die nächsten Tage oder Wochen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier habe ich euch ja schon mal ein Update dagelassen, dass wir auf jeden Fall wieder ein bisschen nachgekauft haben. Ich glaube bei 1950 so in dieser Region oder 30. Dort befinden wir uns weiterhin. Das heißt, wir werden ebenfalls erst einmal keine weiteren Nachkäufe traden. Wir haben so ziemlich oben das Top erstmal erwischt. Das freut mich schon mal. Vom FIP-Level her haben wir einerseits schon mal eine kleine Bullish-Tervertions auf den 4-Stunden- und auf den 1-Stunden-Chart. Das, was uns eben bei Bitcoin momentan noch fehlt. Da warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Auch hier erwarte ich dann zumindest mal so eine kleine Gegenkorrektur nach oben. Zumindest ins Golden Pocket 2035 bis Maximum hier oben zur Ineffizienz 2063 US-Dollar. Würde mich aber, wie gesagt, weiterhin erst einmal ein bisschen von Ethereum fernhalten. Dort würde ich erstmal in keinen Trade reingehen. Deswegen werden wir uns bei Ethereum jetzt erstmal nicht so deutlich aufhalten. Hat auch natürlich den Grund, wenn wir uns diese Gesamtbewegung uns mal angucken, sind wir durchs Golden Pocket gefallen. Also keine wirkliche Aufwärtsstruktur hier mehr erkennbar. Klar, dass 0786 erhält, aber das ist für mich kein ausschlaggebender Grund, hier weiterhin in eine Long-Position reinzugehen. Deswegen warten wir hier erstmal ab, konzentrieren uns auf Bitcoin. Und wie ich es am Anfang des Videos schon gesagt habe, auf den DAX. Hier kann jeder wirklich googeln. Ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Ich werde den Short jetzt auf Stop-Loss-Entry setzen oder er ist auf Stop-Loss-Entry, weil mir das ganze Sentiment zu bearish ist. Man kann einfach googeln, wie ist das Sentiment. 80 oder 75 Prozent der Leute shorten den DAX momentan und das gefällt mir nicht. Solange hier diese Zahl weiterhin so hoch ist, würde ich einfach die Position jetzt einfach mal ein bisschen absichern. Wir haben natürlich noch Potenzial hier bis ungefähr 15.729 oder hier runter bis 15.600, circa noch runterzufallen. Aber das wäre dann so der Moment, wo ich sagen würde, okay, wir hatchen hier uns dann in eine Long-Position rein. Und das werde ich dann auch in der Telegram-Gruppe announcen. Weil momentan das Sentiment, wie gesagt, ist mir ein bisschen zu bearish beim DAX, was mich eher dazu verleitet, dass wir hier gegebenenfalls noch die Marke von 16.000 Punkten sehen. Das ist einfach eine psychologisch wichtige Marke. Wir sind nicht mehr weit vom All-Time-High entfernt und wer die Wochenausblicke immer sieht, ist ja da immer auf dem neuesten Stand. Deswegen wäre ich hier ein bisschen vorsichtig. Und noch ganz zum Schluss Gold. Habe ich auch gestern ein kleines Update dagelassen. Auch hier warte ich jetzt noch auf den Rücksetzer ungefähr in den Bereich der 19, also 1.985 Punkte. Auf dem 1-Stunden-Chart sieht man das deutlich besser. Hier unten eine schöne Ineffizienz und noch das Golden Pocket, um auch hier eine Long-Position zu eröffnen. Das war es jetzt, würde ich sagen, erstmal so Marktausblick fürs heutige Video. Die anderen Updates und so kriegt ihr alles in der Telegram-Gruppe, wenn ihr darauf Bock habt. Auch hier gestern ja nochmal ein kleines Update dazu dagelassen, auch zu Gold. Schauen wir uns das erste Mal an. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns dann morgen früh wieder. Und natürlich heute Nachmittag kommt noch ein kleiner Presale, also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Wenn ihr Bock drauf habt, meinen Senf dazu zu hören zu diesem Presale-Projekt, hört euch das gerne an. Link werde ich euch später noch in der Telegram-Gruppe posten. Dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.